Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu Anno 2205. Ja, wir bauen und bauen und bauen hier weiter an unserer Riesenstadt und es geht ganz gut voran. Firma ist schon 51, ne? Und wir schauen mal, was wir als nächstes brauchen. Wir hatten ja das letzte Mal das Problem, dass alle Ressourcen eigentlich ganz gut passen, außer die Luxuskost, da müssen wir definitiv noch was machen. Ich weiß aber nicht, inwieweit wir die andere Insel in der gemäßigten Zone oder den anderen Sektor da noch in den Griff kriegen. Gut, Moment. Schauen wir doch mal ganz kurz hier unten. Okay, alles klar. Der will die Boote haben. So, Schritt 5 von 5 vom aktuellen Sektorprojekt. So, können wir direkt hier hinschleppen. Hier sind schon zwei Bauboote. Da möchte ich aber noch zwei, warum auch immer. Und hier können wir erstmal noch ein bisschen aufsteigen lassen. Wir haben auch wieder ein paar Bully, äh, Bio-Polymere, so rum war's. So, und jetzt gucken wir erstmal, die wollen aufsteigen zu Managern. So, und die wollen aufsteigen zu Investorin. So, und dann rasselt es hier erstmal wieder kräftig mit Einwohnern. Wie weit sind sie? Ich muss planen. Im Gange. Einmal abladen. Da muss hier irgendwo noch einer stehen. Da unten. So. Hier sieht wirklich alles blendend aus. Also da haben wir richtig gut versorgt. Unsere Leute hier. Aus der Arktis. Das passt auch alles. Die Computer wären nur leider etwas knapp. Da müssen wir noch ein bisschen schauen. Und vom Mond. Das passt auf jeden Fall auch alles. So. Gut, schaffen wir das Kommandoschiff noch hin. Dann haben wir den ersten Sektor. Oder das erste Projekt von unserem Sektor. Von unserer Sektoraufgabe hier erfüllt. Und dann sollte es hier wieder ein bisschen mehr vorangehen. Von unserem Monument. Ja, die Füße stehen schon in die Beine. Und die Firma ist schon wieder aufgestiegen. Sehr gut. Oh, jetzt hier. Kommt schon der Tor so. Also ein Produktionsschlager von Cupid Prozessoren in Viritischer Bucht. Das ist beschissen. Da müssen wir in der Arktis. So, gut. Aber als allererstes kümmern wir uns natürlich erst mal um die Luxuskost. Da müssen wir definitiv noch ein bisschen was machen. Ihr seht schon die Handelsrouten hier. Ganz extrem. Und. Auf geht's. So, Luxuskosten. Dann schauen wir doch mal, wie es aussieht. Wir brauchen auf jeden Fall Soja. Wir brauchen Rindfleisch. Und wir brauchen Wein. So, dann fangen wir doch mal an mit Sojabohnen. Könnten wir eigentlich auf der Insel hier weitermachen. Warte mal. Hier könnten wir erst mal das noch fertig erweitern. So. Acht gehen sogar. Okay. Sehr gut. So. Was brauchen die denn überhaupt? Erden und Dings vom Mond. Erden. Ja, das passt ja alles. So. Dann. Jetzt aber. Die Sojabohnen. Bauen wir mal hier oben an. So, ich hoffe, die Graphen reichen. Okay. Sojabohnen. So. Wie sieht's aus mit dem Sojabohnen? Ja, ja, ja. Hey, 36. Das passt erst mal. Strom, der wird auch schon wieder knapp. Holen wir uns mal noch ein bisschen was vom Mond. Holen wir uns noch ein bisschen was vom Mond, hatte ich eigentlich gedacht. Äh, Energie, 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 Energie. Genau. So, das sollte eigentlich reichen. Verarbeite Informationen. Sojabohnen, Sojabohnen. Grafen. Willkommen, wie geht es? Iridium. Ich will keine Iridium, ich brauche Grafen. Das darf da nicht wahr sein. Ähm, gut. Aus denen können wir jetzt, aus den lieben Sojabohnen, können wir jetzt Fleisch herstellen. So, 28 Fleisch. Das passt auch erst mal. Jetzt brauchen wir noch Wein. Ja. Und wie ihr seht, das war's schon wieder mit Grafen. Äh, ich brauche auch, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir greifen den jetzt an, hier. Sie müssen sich vorsehen. Diese Leute schießen erst und stellen danach keine Fragen. So, komm, was soll's. Müssen wir halt erst mal in die Schlacht ziehen, das nützt nix. Wir brauchen Grafen. Und wenn mich nicht alles täuscht, kriegt mir die ja dort. So. Wir sind's hier und keine Minute zu früh. Verteidigungs-Liege-Tronau. Gut. Sie hat alles aufgefahren, was sie hat. Sie wissen, dass wir uns nicht verteidigen können. Und trotzdem bedrohen sie uns mit einer Welle Schlachtschiffe nach der anderen. Ei, ei, ei. Wir brauchen hier unbedingt ihre Unterstützung. Kriegst du! Du wirst dir wünschen, niemals einen Fuß auf unser Gebiet gesetzt zu haben. Die erste Welle wird die zweite wegfegen. So, ein paar Schiffe haben wir zur Auswahl. Das ist schon mal gut. Was können wir hier für Missionen annehmen? Annehmen. Ich hätte da einen Job. Annehmen. Der Konflikt wird immer schlimmer. Sie licken keine Grafen, so wie es aussieht. Das wäre nicht gut. So, diesmal erst mal hier rüber. Was wollen die denn überhaupt? Finden sie Arbeiter an Land. Ach so. Ja, okay. Dann brauchen wir hier nur suchen. Da haben wir schon mal einen. Noch zwei Stück. Wie müssen wir denn insgesamt? Fünf. Einen noch. Komm, hier muss ich da irgendwo noch einer verstecken. Ganz haft. Irgendwo muss ich da noch so ein Räutischer Arbeiter sein. Was ist denn hier los? Das ist mal lustig. Vier findet man super easy. Und der fünfte da. Ein herausragendes. Sehr gut. Ähm. Sagen Sie Container mit Ihrem Fahrzeug. Okay. Benutzen Sie Raketensperrfeuer dreimal. Kein Problem. Einmal haben wir ja schon. Nur benutzen müssen wir es noch. So, sammeln wir hier das mal noch ein. Im Gange. Im Gange. Sind unterwegs. Hallo. So, hier die Mine zu stören. Da sind die Grafen. Hallo. Schön wie sie herangeboostet werden, oder? Ich finde das super. Schönes Licht. Bereit für Einsatz. So, Raketensperrfeuer haben wir auch schon zweimal. Ja, das ist natürlich awesome. Das ist natürlich awesome. Ziel bestätigt. Feuer frei. Starte Nuklearraketen. Das hat auch gut geglappt. Das können wir auch noch gleich kaputt machen. Sehr gut. Einmal hier zurück. Den Treibstoff einsammeln. Und wir reparieren dafür. Stopp. Nochmal zurück. Hier unten gibt es noch Grafen. Und einmal Raketensperrfeuer. Ach ne, Regium war es. Naja, gut. Oh, 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 oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut. Wo will der denn hin? Da müssen wir ein bisschen aufpassen hier. Die sind gefährlich. Ähm, gut. Sollten wir eigentlich kriegen, oder? Nice. Gucken wir mal, ob wir den hier oben gleich noch snacken können. Bestätigt. Und schon gehen wir nicht aus. Wir haben ein paar Freunde zu lösen. Und drauf. Ich bin ja gar nicht fertig. Für den Moment ist das vorüber. Ich muss sagen, das lief besser, als ich erwarte. Zurück zur Mission. Ich will noch weitermachen. So ist es nicht, ne? Gut. 13 Stück gerade mal. Das ist echt lächerlich. Volle Kraft voraus. Roger. Na dann, auf ihn mit Gebrülle, würde ich sagen. Party hart, würde ich sagen. Und dann. Halt schon, gehen wir nicht aus. Oh, damn. Kampfstationen. Die greifen an. Der ist mit einem Feuerwerk. Ha, 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 ha. Nur leider klicken wir keine Grafen. Nein, das ist ein bisschen blöd. Das ist ein bisschen blöd. Treifen ist gut. Da kommen sie. Feuer frei. existiert. No. Steinen. Geáb. Ja. No. Ich bin nicht erlös. 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 also richtig ist das jetzt hier keine herausforderung für mich aber naja gut mal schauen so siegen die dinger noch da hinten die hatten dann das im griff ja die haben das im griff das sieht echt gut aus nuklea rakete sag mal wie schnell produziert denn der schiffe das ist ja gar nicht die haben das gemeldet die haben das gemeldet der stand wieder nur kakiridium ich brauche kein iridium das ist doch mist volle kraft voraus im gang so die noch weg snacken die können sich hier unten schon mal mit denen ein bisschen beschäftigen ich denke das wird hier kein problem sein so zwei container brauchen wir noch die liegen da unten gut, kein problem oh hier gab es noch mal gut trafen jawoll koordinaten bestehend jetzt mal hier das kann man auch weg haben der macht das dabei so mal gucken was hier rauskommt eventuell ja das was wir schon on mass haben so hier noch den einsammeln gut sind unterwegs nuklea rakete ab und nuklea rakete und nuklea rakete ab nuklea rakete nuklea rakete plan sind unterwegs sind unterwegs bambambam in your face in your face in your face in your face ich hätte gut die U route danach vielleicht holen sollen das wäre vielleicht etwas schlauer gewesen Aber okay, kein Problem. Alles easy. Wer schießt denn hier? So. Das noch weghauen. Oh, Grafenlager. Sehr gut. Dann einmal ganz kurz hier oben einsammeln. Ja, nett. So, alles kein Problem. Und jetzt sammeln wir erst mal ein. Ja, sonst wird das nämlich nichts. Oder irgendwo so ein scheiß Grafenlager. Verteidigungssysteme bereit machen. Medium Lager. Verteidigungssysteme bereit machen. Magnet irgendwas Lager. Verteidigungssysteme bereit machen. Grafenlager. Sehr gut. Da drüben also. Ähm, gut. Bestätigt. 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 Feuer frei. Werteidigungssysteme bereit. Bistööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööö ist sowas von schungslos ist der wahnsinn sehr gut bestätigt so habe ich mir das vorgestellte passt haben auch erfüllt theoretisch soll es kein problem sein glaube ich nicht einsetzen das reparatur kippen sie irgendwo man noch zum lager auch noch ein für uns volle kraft voraus dennoch weg ja und dann haben wir das ja auch gleich geschafft na ja zieht sich immer bis schnell ist wegen 60 grafen oder vielleicht 70 die jetzt herauskommen werden ist natürlich nicht darüber aber was wollen wir machen es gibt halt eine menge rohstoffe außer grafen irgendwie können wir mal über die mit singen irgendwo was ist aber es sieht eigentlich sehr schlecht aus da war noch eine welche oder ich gerade verschaut ziel bestätigt im gange irgendwo waren jetzt noch welche zum einsammeln oder dann bestätigt da war noch welche zum einsammeln ich habe ich immer den ersten nicht warum so nehmen wir das noch mit und dann passt es würde ich sagen jawohl und mission verlassen die aufgaben am aural erfüllt passt zwar so mein lieben freunde leider muss ich mich jetzt schon wieder verabschieden von euch wir können zwar noch mal ganz schnell hier auf die erde zumindest noch mal laden das ganze und ja dann schauen wir mal das ist wirklich ärgerlich wie gesagt hier für die luxus kost da kommen wir nicht drum rum da haben wir jetzt hier oben schon unser weingebiet kostet auch fünf grafen das ist ja das das schlimme an der sache so warte mal wie sieht es denn aus mit wein 12 28 vielleicht einmal das heißt das reicht noch lange nicht so 24 28 das heißt wir können luxus kost herstellen machen wir das doch eben mal 64 passt sind wir erst mal wieder gut im plus und können das gleiche rüber schieben da sind nämlich auf minus 16 sortiere daten und dann haut das ja auch wieder hin in unserem sektor wo wir unsere mega stadt bauen um nur noch die computer aus der arktis und dann sollte das eigentlich laufen vielleicht wir schon mal so einwohnerzahl sollte steigen genau 75.000 geht es weiter dort haben wir das haben wir das haben wir mit der computer ich habe noch ganz leicht und bloß und hier ist was man natürlich jetzt noch machen könnten ist hier das ganze noch ein bisschen erweitern und gucken ob das ausgeht das geht aber aus so 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 noch die straße drum so wie sieht es aus minus 3 das 7 plus 2 das 3 minus 3 das heißt hier wieder ein neues informationszentrum irgendwo hin warum wir direkt hier noch eins rein würde ich sagen passt doch super so bloß 9 sehr schön theoretisch wollen jetzt alle aufsteigen wir können es ja mal riskieren okay so die wollen auch noch ein bisschen aufsteigen so und da fehlt uns schon wieder die biopolymere aber ihr seht es bevölkerungstechnisch gibt es wieder einen ordentlichen schub hier zu warnen dass man sich im auge behalten eigentlich alles super alles super was wollen wir mehr so und die wollen sogar schon wieder aufsteigen zu investoren so und jetzt schiebt es natürlich richtig investoren 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 das passt computer fehlen war klar und wir haben die 53 noch erreicht ja passt doch oder da sind wir noch auf der 48 wir setzen uns langsam ab das passt natürlich und ihr seht es schon hier mit unseren blänen alles easy alles cool also da haben wir gar nichts zu befürchten was wir natürlich noch machen können ja der part geht eh schon 30 minuten von daher ist es eh egal 100 biopolymere können wir doch nicht mehr machen schade super legion haben nämlich kredits eine millionen baubotsammer das hätten wir auch alles 2000 strom 10.000 arbeitskräfte 10.000 bilanz wird uns auch nicht stören von daher das können wir das nächste mal machen unser firm zu unserer firm zentrale bauen und ich bin erstmal raus vielen dank fürs zuschauen meine lieben freunde wir sehen uns in der nächsten folge wieder bis dahin danke fürs zuschauen tschüss die lassen wir aufsteigen so oh jetzt hier die police die police ist down die police ist down die police ist nicht mehr da wir brauchen bald einen neuen bahnhof einen neuen bahnhof denn unsere bevölkerung sie explodiert die 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 kredits ich finde das noch raus bis dahin tschüss euer manus Untertitelung des ZDF, 2020